Natürlich gibt es Bandscheibenschäden oder Vorfälle, die ein sofortiges Handeln erfordern. Da habe ich genügend Beispiele, wo alles versucht wurde, wo Kortison gespritzt wurde, sodass der Schmerz betäubt war und der Patient nicht mehr richtig wahrgenommen hat, was in seinem Körper vor sich geht. Und ich erinnere mich an einen Anruf eines Künstlers, der im Ausland lebte oder sich aufhielt und wiederholt Kortison bekommen hat und sagte, ich habe Schmerzen gehabt, aber die sind jetzt besser, aber was ich beobachte, mein Bein macht nicht mehr richtig mit. Das lahmt irgendwie, ich kann das nicht verstehen. Und ich wusste sofort, was gemeint war und habe ihn aufgefordert, mit dem nächsten Flugzeug nach München zu kommen. Und am nächsten Morgen lag er auf dem OP-Tisch, gerade noch rechtzeitig, um den Nerven zu retten, dass der sich erholen kann und die Funktion der Beinmuskulatur dann wiederhergestellt werden konnte. Also da handelte es sich um einen schweren Bandscheibenvorfall, der die Nerven komplett abgeklemmt hatte. Das musste natürlich operativ angegangen werden und der Nerv befreit werden.